Sag mal, wenn du anmachst. Ist schon an. Gut, ja. Ich bin Professor Doktor Tüppelt. Wir reden heute über Sachen. Über Dinge. Über Dinge, die sich eignen. Ich bin der Meinung, jeder sollte dieses Wissen, was ich gleich verbreite, weiter verbreiten. Richtig, Frau Professorin Doktor Tüppelt. Ich finde, vielleicht sollte man auch gewisse Weise darüber nachdenken. Und deswegen würde ich sagen, so. Beim nächsten Mal so. Gute Nacht.